Hallo und herzlich willkommen zurück zu Gibus Chihulu Adventure. Ich kann es nicht aussprechen, ich werde in Zukunft einfach nur noch Gibus sagen. In der letzten Folge haben wir ja einen Schlüssel gefunden und es ist für mich immer noch sehr ungewöhnt, dass man das Inventar nicht offen hat. Aber wenn ich das nicht schließe, ha, ich bin auch so eine Blitzmerkerin, wenn ich das nicht schließe, müsste ich das ja eigentlich immer hier unten drin haben können. So wie es halt typisch ist für Adventure-Spieler. So, den Schlüssel wollten wir ja zu dem Zimmer benutzen. Tolles Deutsch heute, es tut mir leid. Tadaa! Ja, sieht sehr so aus, als ob der irgendwelche... Wieso hat der seinen Fernseher oder was? Was ist hier unten angelassen? Oder ist das eine Überwachungskamera oder was? Äh, achso, das... Wie heißt der nochmal? Kitty. Kitty, ich muss mir das mal merken. Stark dekorierter Schrank. Och nö. Ich habe ein Gefühl, dass irgendwo in diesem schrecklich überdekorierten Stück von Furniture liegt, was wir suchen. Ja, dann mach den doch mal auf. Ja, in solchen Spielen leider ja. Ja, dann nimm es doch mal hoch. Eine Schere. Damit kriege ich das Ding aber auch nicht auf, ne? Es ist ein Buch, Lemon, left open. Oh, let's see here. Page on the left says, A compass is a magnetized pin floating in a solution. It's not the 1700s anymore, Lemon. Jeez, what a Luddite. Of all things whose purpose is to be lit up, this one scares me the least. I can't just snap my fingers and produce fire, unfortunately. Ja, ja, ja. Keine Ahnung, ob uns das was bringt, aber... Yay! Jetzt haben wir immerhin einen wundervollen Geruch hier. It's lit up and stinking up the place. Natürlich, ich sage das und schon kommt der, äh, jetzt, jetzt, jetzt fängt's an zu stinken. Do I look like a lighter to you? Nee, du sollst mal hier herkommen, mal riechen. Das war eigentlich der Plan dahinter. I think it's supposed to be a fertility idol. Kind of scary, if you ask me. Sonst haben wir nichts. Jetzt noch die Stammesmaske. Aber wie krieg ich das Ding jetzt auf? Wahrscheinlich nicht mit der Schere, oder? Scissor my way inside. A brilliant idea. Not. Ja, man muss alles mal versuchen. Wie soll ich denn sonst da reinkommen? Mit dem Buch kann ich ja schlicht reinkommen. I doubt it would do anything here. Alright, Kitty. I have a feeling the notebook we're looking for is somewhere inside this locked closet. I can't really think of a way to open it. Couldn't you just randomly combine some household items into a makeshift key or something? I'm sure I could, but I was thinking maybe you could shoulder this particular burden. Let's not make a habit of this. Ugh, this patchouli stink is giving me dizzy fells. Oh, here it is. I haven't done that since I was a kitten. Still got it. Wie hat die denn das ganze Buch da unten durchgezogen? Hm, the pages are all blank. What am I missing here? Hm, vielleicht magische Soda, um's herzustellen, oder sowas? Now we just stain it. Kitty can't read. Yeah, keep thinking that. Ähm, ja, aber ich kann's ja nur angucken. Was übersehe ich? Nah. Hm. Let's moderately heat this, baby. Nein. Yes! It worked. Ah, Lemon won too many cheesy detective novels. All right, Kitty. Now let's see this list here. Mm-hmm. Woo! I think I got it. How's VG for all your supernatural needs sound? And there's the address. We're practically neighbors. It's the best option we've got so far. Uh, there's something I'm not sure I mentioned before. This detective that was looking for the Necronomicon, Dawn, got kidnapped right in front of me. Oh, right. You've mentioned it. Let's go. But we've got to try and rescue him. All right. Do you know who kidnapped him? Uh, I guess we have no lead yet. Lead. Sam Spade over here. You know how you humans always stereotype us as being selfish? Uh, sorry about that. Don't be. Because in my case, that's exactly how it is. I'm sorry, but I could give a kitten's fluffy tail about your detective friend. My main worry right now is my own predicament. Why didn't you call the police or something? Oh, Darko PD. Only the most corrupt and despicable organization in town. Makes these cultists look like fuzzy bunnies nibbling on baby carrots by comparison. No, we're on our own. Interesting imagery. Anyway, your friend Dawn's on his own too. It's a catty cat world out there. How about we keep him as Objective B, all right? Whatever makes me A works for me. Let's roll, Marlo. Capital 1. Darko. All right, Kitty. Looks like we're on a quest together. Any cool battle cry-like words before we embark on it? I'm a little hungry, and I'm afraid my fur's going to get all matted in these filthy streets. Sorry, you were saying? I was thinking more like time for, you know, whatever adrenaline-pumping music kids listen to these days. Time for Bossa Nova. Let's get on with it. Die erinnert mich ein bisschen an die eine aus Adams' Family. Wie hieß die nochmal? Thirteen? A weird-looking kiddo in the middle of the street. Hey, little girl, what are you doing in the street by yourself this late at night? Hey, big guy. What are you doing, disturbing peaceful citizens for no good reason? This late at night. Well, let me try that again. What's your name, kiddo? If you must know, it's Priscilla. Are you sure you don't mean Priscilla? Do I look like the kind of person who can't correctly pronounce their own name? It's Priscilla! What's your name, smarty pants? Uh, Buzz. Buzz. Buzz? My dad really loved his electric shaver. Made a new friend. Huh? Okay. Ähm, weißt du, mit dieser Einstellung kommst du im Leben nicht weiter, Kleiner? Hey, ich war wirklich besorgt. You know, you won't get ahead in life with that kind of attitude, kiddo. Oh, yeah? What are you doing with your life? I'm a student and a librarian, if you must know. Oh, so you must be like 22, right? Uh, give or take a few. That few is definitely longer than you've been on this earth. Okay, I won't say anything out loud, but I'm thinking it. Hey, I was just genuinely concerned. Well, don't be. Drop my fishy and that's lying up there, and Grandma let me come out on the screen and try to get it. But I can't reach it! Aren't your mom or dad around? Mom and dad moved to Fishsmith last month. And we'll move there, too. Soon. Not until I get my fishy! That's the best thing, Sonia. Alright, alright, settle down. Can't Grandma help you out? Grandma's been taking her bath for quite a while now. Grandma says we'll go to Fishsmith soon. We're just waiting for this big bathtub we ordered to be delivered. Grandma can't go traveling without her new bathtub. Alright, weird enough. Ja, dass die Eltern nicht da sind, hat's ja schon gesagt. You know, this just feels wrong somehow. I'm a dark-haired little girl, standing in the middle of the street at night, holding a doll by the hand. Scared yet? Scared? Nope. A little bit creeped out by how irresponsible your Grandma is. I'll give you that. So, you're just standing there, huh? People tend to do that in this kind of game. Yeah, I always wondered about that. I just like to watch them, sitting there, clicking their little eyes away. Okay. Aren't you Mom or Dad around? Mom and Dad moved to Fishsmith last month. And we'll move there too, soon. But not until I get my Fishy! Warum war das auf einmal weg? Ja, wie oft soll ich diese Frage stellen? Ich dachte, vielleicht kommt da noch eine neue Option. Ich denke, ich denke, ich denke, ich habe einen Fisch-Doll. If they're trying to keep people away from Fishsmith, it's working. Hey, Kitty, how about you climb up and get that Fischie for me? Well, you gotta ask yourself, Buzz. What do we stand to gain from me exerting myself in that manner? Nothing for now, I guess. See? Don't anger me, Feline. Come on, Buzz. You're embarrassing yourself. Don't you want to do it just to put a smile on that little girl's face? You mean that pale abomination? How about we have nothing to do with her or her face? How does that sound? Your heart is the tip of a glacier that was accidentally bitten off by a blind, evil old sea monster, Kitty. Don't try to flatter me. It won't work. Okay, wir haben auch nichts. Jetzt, naja, mit einer Schere wird er auch nicht viel länger werden. Ich kann es nicht von unten her reachen. Ja, aber was willst du machen? Du kannst ja jetzt nicht ins Geschäft reingehen. Ugh, ich kann niemals Fisch stecken. Und hier hochklettern, denke ich, mir mag keiner auch nicht. It's the door to the fishery. It's closed and locked. We have bigger fish to fry, Buzz. I see what you did there. Well, du könntest eine Dose werfen, aber... Ich habe keine Ahnung, warum ich das so mache. Es ist nicht von meinem Kucki. Schade. Ähm... Aber gut. Man, das ist ein attraktiver Typ. Unterschrockene Katzen sind auch da. Können wir da unten eigentlich auch hingehen? Hm, ich denke mal, dass sie später noch wichtig wird, weil sie ja meinte, im Moment haben wir da keinen Nutzen von. Es kann natürlich sein, dass die später mal einen Nutzen davon haben werden. Was sind denn für Puppen? Was meinst du, Sam Dehu? Wen? Oh, schau dir die süßen Voodoo-Dolle. Wer würde sie hier einfach verlassen? Oh, schau dir das hier. Es ist ein schönes Blondes, aber ich denke, es sagt, Park Gate removed due zu blasphemous activities in der Nähe. Hopfence at own peril. Wir dürfen nicht refunden oder payen für hospitalisieren. Hey there. Oh, schau dir das hier. Nice evening we're having, huh? Really? Why don't you just keep it original and ask for the time? I think I'm misrepresenting myself here. Oh, schau dir, schau dir. Gotta run. So run. Das ist Jeremiah Orne, Old Man Orne's Ancestor. Er ist praktisch der Vater der Miskatonic Library. Nun gut, ich meine, wir haben ja immer noch eine Mission. Das Problem ist nur, oder bringt uns das Taxi jetzt dahin? Ich würde ja lieber zu Fuß. Echt? Evening. Es ist sicherlich. Über das mysteriöse Gebäude, neben dem sie parken, okay? Do you know anything about this mysterious building you're parked next to? Look, kid. It's a taxi. Not a guided tour bus. Get a lot of customers tonight? Not if you don't move out of the way, I don't. There's that blonde lady over there. Oh, yeah. Brought her here a while ago. What can you tell me about her? Man, that sounds creepy as hell. You an investigator or something? Noch nicht, aber ich werde langsam einer. Yep. B. Kerwin, PI. Yeah, sorry. Not gonna say anything, son. Her business is her business. So about the blonde girl. Yeah? What's she to you? Ich bin hier Priester. I'm her legal advisor. I just keep close and make sure she doesn't do anything crazy. In that case, I don't know nothing. Ain't seen nothing. Goodbye. I'm her priest. I'm really worried about her. Her soul and stuff. Well, God bless you, Frater. But look for divine inspiration elsewhere, will you? I'm a friend. I'm a little worried about her, so I watch her from afar. Oh, friend. Right. I happen to have overheard what her name is. You know, taxi stuff, nothing creepy. Surely you know it too, since you're friends. I'm having a temporary memory lapse. I'll get back to you on that. No idea who this guy is, but his beard looks real tentacly. This small window somehow communicates with the interior. How cool is that? Uh, hello there? Password? Um... Password. Nice try, buddy. Uh, hello there? Password? Swordfish. Too classic. Too classic. Uh, hello there? Password? Ken sent me. Wrong game, my friend. Wieso Ken? Also Ken sagt mir jetzt gar nichts in irgendeinem Spiel. So, Moment. Hier können wir... Ne, da können wir nicht. Da müssen wir da rum. Zugemauerter Torbogen. It used to be, you'd absentmindedly open this door and the whole of Darkham would be flooded. Okay. You know, I've never crossed that bridge and I got there several times. Wieso ist man mehrmals an einer Brücke? Überquert sie aber nicht. Ach, da komme ich zur Bibliothek. Okay. Nicht, dass mir das irgendwie helfen könnte. Also, ich denke zumindest nicht. Was haben wir denn jetzt hier? Hier irgendwas, was wir eventuell mitnehmen könnten. Bücherregal. Können wir aber nicht durch. Ne, das sind alles nur Bücher. Of course, the hideous thing survives the deflagration. Hmm. A very intriguing looking book. Maybe I should take a closer look. Staubig. Zerfällt das jetzt? I don't know if this is something I need right now. I'd better take a look at it first. Ja wie, ich schaue mir das besser erst an. Hab ich ja gerade. A very convenient treatise on the order voodoo magic ingredients should be used in. Whoa, convenient to say the least. Mental notes. Sometimes examining items several times really pays off. Okay. Also, der einzige Sinn war jetzt, dass ich das zweimal angucke. Okay. Ach, warte mal, voodoo. Das könnte ich doch vielleicht drüben abgeben. Aber wir schauen mal eben, ob wir hier noch irgendwas anderes haben, was wir eventuell noch mitnehmen können. Aber sieht nicht so aus, ne? Kann ja auch nicht weiter nach rechts gehen. Ne. Dann versuchen wir es mal mit diesem Voodoo-Ding. Oder mit der Frau. Das kann... Huch. Fauler Typ. Ach so, wahrscheinlich, weil ich das immer abgekürzt habe mit dem Doppelklick, wa? Das ist eine Errungenschaft. Echt jetzt? So, jetzt ist die große Frage. Müssen wir das Buch am Fenster abgeben? Oder bei ihr vielleicht? Sie ist nicht interessiert. Ah, da bin ich mir nicht sicher. Ich bin wieder da. Ähm. Untertitelung. Also, fruits backen nach. Oh. Oh, did he give you the boot, too? He told me I just have to sit for a while and rethink what I wished for my husband. He told you? The gentleman, dummy! Oh! Of course! So, what'd you wish for your husband? Why, his untimely gruesome death, of course. Of course! Kumpelbass lerne ein paar Freunde die Sachen kennen. Tja, ähm, ich bin zufällig ein Auftragskiller, hehehe, ein Undercover-Bulle. Ähm. Man, nimm doch einfach den Auftrag an, nimm das Geld an und dann, äh, ja, hast du halt nicht das Problem, dass, ähm, naja, was heißt du, äh, dann wird der Mann eben nicht umgebracht, andererseits, der Mann wollte sie auch umbringen, also. Ich bin, äh, ein Librarian. Oh, all right. Yeah. Ähm. Ähm. Yeah. I'm an Undercover cop. Put him up. Pshh. Yeah, right. Let me see your badge, officer. I left it in my investigating pants. We got different pairs for different assignments, you know. Return in those pants and you're free to arrest me. Uh, Cleaner said they'll only be done by Tuesday. They got bad shining services, too. I walked right into that one. I'm a... never mind. Um. So, the gentleman wouldn't help you off your hubby, huh? Something about not doing any literal harm and using the forces for good to balance out recent events. Blah, blah, blah. Did you try marriage counseling? That's where I got this address. Okay. Okay. Gotta run. So, run. Mmh. Uh, hello there? Password? Kann man immer noch nichts anderes machen. Ken sent me. Wrong game, my friend. Ich dachte, vielleicht kann er da jetzt das Buch zeigen, aber... Even she can squeeze in through there. Ach so, oder kann ich jetzt eventuell? She's not interested. Ja, warum? Sie will ja einen Mann umbringen, also... Hmm. Ugh, ein Match made in hell. Ja, deswegen habe ich's ja gemacht. No way, I need this. Ja, aber wofür? Wenn man das nicht hierbei benutzen kann? Hm, no, they're already vodified, I think. These dolls are probably already vodified and best left where they are. I don't go for dolls. I'm more of a laser pointer girl myself. The barons are not to be trifled with. Hm, aber irgendwas muss man noch machen können. Ich kann mit der Statue sprechen? Ja, also so auf Anhieb muss ich sagen, fällt mir jetzt auch nichts ein. Ich hatte gehofft, dass wir das in dieser Folge eventuell noch lösen können, aber wir haben jetzt schon wieder fast eine halbe Stunde und ich möchte mich da ja so ein bisschen dran halten, dass die Folgen nicht zu lange werden. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Ich hab's irgendwie im Gefühl, das hat irgendwas mit dem Voodoo-Buch zu tun, aber ja. Das Voodoo-Buch haben wir raus, ne, ne, das haben wir aus der Bibliothek. Vielleicht müssen wir auch nochmal damit nach Hause laufen, ich hab absolut keine Ahnung. Das wäre jetzt das nächste, was wir eventuell nochmal ausprobieren könnten. Aber das werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge machen, deswegen bin ich mal gespannt, ja, ob ich da noch irgendwas rausfinden kann in der nächsten Folge. Bis dann, ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren. Vielen Dank für's Zuschauen.